Heute ist Equal Care Day, eine Initiative, die 2016 ins Leben gerufen wurde, damit rund um diesen Aktionstag auf mangelnde Wertschätzung für und unfaire Verteilung von Care-Arbeit aufmerksam gemacht wird. Was genau Care-Arbeit ist und warum wir uns mehr damit befassen sollten, erfahrt ihr gleich. Kinder betreuen, Angehörige pflegen, Essen kochen, den Haushalt schmeißen, Gräber pflegen, Gartenarbeit. All diese Dinge werden unter dem Begriff Care-Arbeit, also Sorgearbeit, zusammengefasst. Was sie alle eint, es sind Tätigkeiten mit viel Verantwortung, denen aber oft wenig Wertschätzung entgegengebracht wird. Studien zeigen, dass es einen krassen Gender-Care-Gap gibt. 80 Prozent dieser Arbeit wird von Frauen geleistet. Außerdem wenden Frauen im Durchschnitt 52,4 Prozent mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit auf als Männer. Umgerechnet sind das 87 Minuten Unterschied. Männer leisten im Schnitt zwei Stunden und 46 Minuten Sorgearbeit täglich, bei Frauen sind es vier Stunden und 13 Minuten. Aber warum ist das eigentlich so? Warum leisten Frauen mehr Sorgearbeit als Männer? Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich mich auch nicht frei machen kann von der Vorstellung, dass Frauen viel Care-Arbeit leisten. Und das, obwohl ich aufgeklärt bin und total für Gleichberechtigung. Denke ich an eine Person, die Sorgearbeit leistet, kommt mir erst einmal das Bild einer Frau in den Kopf. Das hat sicherlich auch etwas mit traditionellen Rollenbildern zu tun, mit denen wir schon von Kindesbeinen an groß werden. In meinem Video zu Gender-Klischees gebe ich ein paar Beispiele dafür. Wenn ich an Care-Arbeit denke, ploppt bei mir außerdem automatisch das Bild einer Frau, die sich um ihre Kinder kümmert auf. Dabei zählt ja nicht nur Kinderbetreuung und Erziehung dazu. Besonders interessant finde ich in diesem Zusammenhang, dass, obwohl in Paarhaushalten mit Kindern die meiste Care-Arbeit anfällt, auch allein lebende Frauen täglich mehr Zeit für Care-Tätigkeiten aufwenden als Männer. Trotzdem ist der Turning Point, an dem es besonders dramatisch wird, häufig die Geburt des ersten Kindes. Denn dann bleiben für den Mutterschutz sowieso und meistens noch deutlich darüber hinaus die Frauen in der Elternzeit zu Hause. Frauen nehmen sich im Durchschnitt ein Jahr Elternzeit, Männer dagegen drei Monate. 70 Prozent der Frauen kehren nach der Elternzeit aber nicht in Vollzeit zu ihrer Arbeitsstelle zurück. Im Schnitt verdienen Frauen unter anderem dadurch, dass sie ihren Job so oft für Care-Arbeit unterbrechen, nur halb so viel wie Männer. Ist natürlich die Frage, ob das so ein großes Problem ist. Schließlich haben sich beide Partner im Idealfall darauf geeinigt. Dieses Modell funktioniert aber nur, solange Paare tatsächlich zusammenbleiben. Aber jede dritte Ehe wird geschieden und weniger Einkommen bedeutet am Ende auch weniger Rente. Den Mann als Altersvorsorge einzuplanen ist und bleibt also riskant. Ich sage damit nicht, dass Frauen grundsätzlich nicht in Teilzeit arbeiten sollten. Aber es ist wichtig, sich im Vorfeld mit dem oder der Partnerin über die Care-Arbeitsaufteilung zu verständigen und auch über einen finanziellen Ausgleich. Zum Beispiel, indem der eine Partner für die Partnerin in die Altersvorsorge einzahlt. Denn auch was Altersarmut betrifft, sind Frauen besonders betroffen. Sie bekommen im Schnitt zwischen 37 und 46 Prozent weniger Rente als Männer. Care-Arbeit sollte sich aber nicht einfach nur so ergeben, weil man eben eine Frau ist. Übrigens, viel Care-Arbeit nehmen auch die Menschen, die sie leisten, überhaupt nicht als solche wahr. Das liegt auch daran, dass sie kaum Wertschätzung erfährt. Es scheint fast schon selbstverständlich, dass vor allem Frau, das alles noch so easy nebenher machen kann, auch neben einer Erwerbstätigkeit in Vollzeit. Es ist ein super spannendes Experiment, mal eine Woche lang eine Liste darüber zu führen, was man tatsächlich alles so in Haushalt und Co. getan hat. Viele wären sicher erstaunt. Klar ist, wir müssen mehr über die Schieflage in der geleisteten Care-Arbeit sprechen. Der Equal Care Day findet übrigens in Schaltjahren am 29. Februar und in allen anderen Jahren am 1. März statt. So wie der Schalttag an drei von vier Jahren kaum bis gar nicht wahrgenommen wird, so wird nämlich oftmals auch die geleistete Care-Arbeit einfach übersehen. Was für Erfahrungen habt ihr mit Care-Arbeit? Schreibt es doch in die Kommentare. In diesem Video bekommt ihr Einblick in das Leben von Hanna und Martin, die sich für eine faire Aufteilung der Familienarbeit entschieden haben. Und bis zum nächsten Mal denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, so verpasst ihr kein neues Video mehr vom Bodenpersonal.